Was hat die SPD für ein Problem mit der Bundeswehr? Dass die nicht mehr in die Schulen darf. Um es gleich vorwegzunehmen, Brandenburg haben die Genossen nichts dagegen. Auch nicht in der Bundespartei, nur in Berlin. Da scheren sie jetzt aus. Militärischen Organisationen ist es untersagt, in Schulen werben zu dürfen. So lautet der Beschluss vom Wochenende und sorgt für Zündstoff. Ismar Nalboa über Reaktionen dazu heute aus dem Landtag. Schüler aus Spremberg in der Belitzer Kaserne. Im Februar dieses Jahres ermöglichte die Bundeswehr 11 Tage lang Schülergruppen-Einblicke in den Soldatenalltag. Bis zu 100 Schüler täglich. Die Bundeswehr geht aber auch in die Schulen. Wie oft Schüler und Jugendoffiziere in Brandenburg aufeinandertreffen, dazu liegen dem Bildungsministerium keine Zahlen vor. Die Schulen organisieren sich selbst wie hier in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck. Von einem Verbot hält man hier nichts. Wir legen als Schule großen Wert auf die Berufsorientierung. Für uns ist das wichtig, da breit zu streuen. Alle Berufe vorzustellen, aber auch die Wahrheit zu sagen über alle Berufe. Man darf nicht verheimlichen, dass bei der Bundeswehr natürlich auch Kriegseinsätze drin sind. Das wäre schlecht, wenn man da jemanden hin versucht zu überreden. In Brandenburg ist sich Rot-Rot mal wieder uneins. Ministerpräsident Woidke lehnte bereits gestern den Vorstoß der Berliner SPD ab. Die Linke hingegen unterstützt die Forderung. Ich gehe mal davon aus, dass derartige Werbegespräche an Schulen nicht dazu geeignet sind, tatsächlich vorurteilsfrei eine eigene Entscheidung zu treffen. Deswegen unterstützen wir das auch, dass die Bundeswehr unmittelbar an Schulen, sage ich mal, keine Veranstaltungen machen sollte. Wir haben uns heute hinter die Position des Ministerpräsidenten auch so versammelt. Es gab jetzt keine offensielle Abstimmung, aber so war die Stimmung in der Fraktion, dass wir durchaus dafür sind, dass die Bundeswehr sich auch in der Schule präsentieren darf. Aufklärung ja, Werbung nein, sagt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und ist gegen ein Verbot. Es geht auf der einen Seite um die Frage der Aufklärung und der politischen Bildung. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Werbung für die Bundeswehr. Beides sollte man trennen. Man darf das nicht miteinander vermischen. Und im Übrigen ist es eine Entmündigung der Schulen. In Brandenburg ist es üblich, dass Schulen selbst entscheiden. Der Bundeswehr, als parlamentarische Armee, den Zugang zu Schulen zu verwehren, lehnen alle Oppositionsparteien im Landtag ab. Also zuallererst geht es darum, dass man an Schulen auf Einladung der Schulen und der Klassen als Bundeswehr informiert über die Aufgaben, die man wahrzunehmen hat, über die entsprechenden Dinge, die man zu beachten hat. Natürlich auch, dass Entscheidungen des Bundestages auch zu Einsatzbefehlen führen können und führen. Das Bildungsministerium übrigens verweist darauf, dass schulische Veranstaltungen generell einem Werbeverbot unterliegen.